Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play NHL 17. Heute spielen wir gegen den Tabellenführer, gegen Red Bull München. Ja, das letzte Spiel haben wir ja ganz, was heißt ganz knapp, also da haben wir schon eine Packung gekriegt mit 2 zu 5 gegen die, ähm, gegen Bremerhaven, ähm, wie sie ja im Spiel heißen, Fishing Town, Pengrance. So, jetzt geht's aber gegen Red Bull München, das wird spannend, weil das die Tabellenführer sind, deswegen. Und, die Münchner hatten wir noch nicht gesehen, die sehen aber so ähnlich aus wie wir, wie wir. Ja, also deren ihre Trikots haben sich kaum verändert, außer dass da unten jetzt so ein blauer Streifen ist. Und, die herkommt, die Laufende sind schon einmal, wenn man sie in Bala tenderar um, wie wir uns fragen, und ich gehe im Jumat und in einen Pfeiter auswahl. Ja, es war ein, been wir uns hier. Ja, es war ein, weil ich dabei schwarzaffe. Und, von Niemlich, wovon ich weiße, ich habe die Laufenden yieldsdorf. Und, von Niemlich, wovon ich mich über das Spiel hier, weil wenn du über die Turnstiles und drückenstt, und du wohnst, du wohnst, oder du wohnst, du wohnst, du wohnst, du wohnst, die Laufenden gewinnen wird in der Linie, wie wir die Spiel für die mediensten. von den anderen besten Defensiv-Playern. Und jetzt kommen wir zu den letzten Linesen, die Goalien. Das Mann ist in der Goal-Kreis. Er ist immer acrobatisch. Wir können noch mehr von das für die Home-Team. Das Mann ist der Goal-Kiefer. Der Buch auf ihn ist, dass er mit einem Early-Goal kann. Mal sehen, wie er ist für die Visitors. Schade. Holik verloren. Geziehen mir aber auch gut an, die Münchner. Aber wir holen uns den Puck direkt mal. Aber werden direkt auch wieder weggecheckt. Das geht hier ganz zur Sache. Das ist ein bisschen schwer. Und es ist ein guter Pick-up. Goal-Kopp waren sehr gut. Und der erste Schuss auf das Tor. Der Münchner. Und wieder gehalten. Nächster Schuss von uns auf das Tor der Münchner. Wir müssen die früh unter Zugszwang setzen. Ansonsten gibt das eine richtige Packung. Am bisschen im Gefühl. Aufpassen jetzt. Jawohl. Erstmal gehalten. Abgelenk. Dritter Schuss jetzt aufs Tor der Münchner. Gehalten. Und im Puckbesitz. Jetzt wieder die Münchner. Ah, Glück gehabt hier in der Situation, dass der Puck vorbei geht. Direkt drauf. Direkt drauf. Kommt schon. Oh, Glück gehabt. Schon wieder eine hundertprozentige für München. Vierter Schuss. Das ist toll, der Münchner. So langsam summiert sich da was. Das könnte aber auch langsam nach hinten losgehen. Nicht gut. Aber zum Glück hat nichts Schlimmeres passiert. Das ist 1-0. 1-0 gegen den Tabellenführer. Geil. Das war wichtig. David Wulff. Dreizehntes Tor in dieser Saison. Das ist der Top-Goal-Getter. Bei den Mannheimern. Ja, boah, der Puck geholt. Abgelenkt. Jetzt wieder die Münchner. Boah, ich glaube da kommt jetzt direkt der Ausgleich von ihnen. Wir sind sauer. Aber wir haben den Puck wieder, glücklicherweise. Wir versuchen den einfach unter Druck zu setzen, den Keeper von München. Dann fällt das Tor schon. Ja, einfach unter Druck setzen. Einfach unter Druck setzen. Dann passt das schon. Irgendwann fällt das 2-0. Allein aus dem 1-0 stehen ist schon richtig gut. Schade geblockt. Jetzt die Münchner. Ah, rutscht da vorbei. Ah, Glück gehabt hier. Das wäre bei einer ein Tor gewesen. Hinterher, hinterher. Nein, da ist niemand schade. Jawoll. Nein. Jetzt wieder die Münchner. Aufpassen jetzt. Jawoll, Glück gehabt. Ah, da ist der Ausgleich. 1-1 jetzt. 4 Minuten 7 in dem Drittel noch. Aber das war klar, dass der Tabellenführer irgendwann ausgleicht. Mad Christiansen. 3. Tor in der Saison. Hier sehen wir nochmal das Tor. Schön gemacht. Aber wir holen uns einfach so oft wie es geht, die Pucks. Jetzt wieder Puck gewinnen. Ah, okay, den hat er gehalten. Sah nicht so aus. Jawoll. Diesmal nicht den Fehler gemacht wie beim letzten Spiel. Als der Keeper durch rauskommen, das 2-0 verschuldet. Schade zu hart. Nein, sein Zimmer noch. Das war's. Das erste Drittel ist zu Ende und es steht 1-1. Und es bleibt spannend. Es gab viele Torchancen auf beiden Seiten. Und es sieht gut aus für uns. 10-2. 50-3. Ich glaube, er hat die Ausgleich. 50-5. 40-5. Also zählen sie nun 8-3. Seine Prozedur. 1-1. 5-1. 6-1. Das ersteđ ist wieder. 10-3. 10-3. 15-1. 5-1. 10-3. Intermediatamente. Was ist der 100? Ah, er wurde jetzt 2x geblockt. Schade, gegen nicht rein. Ah, wir haben ihn immer noch. Ja, nichts. Aber wir haben immer noch den Bug. Nein! Jetzt die Münchner. Oh, war das mal ein langer Andriff. Oh, nichts drin. Hätte aber gefährlich werden können. Und jetzt wieder die Münchner. Ah, schade, der Schuss wurde geblockt. Ah, nichts. Und wieder München. Boah, Glück gehabt, dass er dem Nachfachsten kriegt. Ah, München hat den Puck jetzt wieder. Müssen wir wieder auffassen. München wieder auffassen. Ah, schade. Nicht zum Abschluss gekommen, er hat den Puck verloren. Oh, fast den Schiri mitgenommen. Sehr schön. Schade, wir kriegen den Puck einfach nicht im Netz unter. Okay, Puck immer noch bei den Mannheimern. Aber nicht drin. Das gibt's doch nicht. Wieso geht der Puck nicht rein? Sieben Minuten nur noch in dem Drittel. Und wir haben wieder den Puck. Und wir haben wieder den Puck. So viele Anteile hatten wir im letzten Drittel nicht. Und es geht die meiste Zeit aufs Tor. Der Münchner. Ein Tor würde schon reißen zur Führung. Jawoll, jawoll, jawoll. Ah, meiner wäre der drin gewesen. 4 Minuten 25 noch in diesem zweiten Drittel. Und wir haben klar mehr von diesem Drittel. Man sieht ja, wie viel Torschuss wir hier schon hatten. Und wie wenig die Münchner nach vorne kommen nur noch. Und das dafür, dass sie Tabellen flirren. Das muss man sich wirklich mal in Relativität setzen. Das ist der erste Puck. Das erste Bulli, das wir verloren hatten. Jetzt mal wieder einer der wenigen Vorstöße. Der Münchner. Oh, Glück gehabt hier. Ein. Ach, schade. Puckverlust. Jetzt wieder die Münchner. Ja, das ist sehr schön. Ah, nein, da ist niemand. Schade. Die letzten Sekunden dieses Drittles. 15,9 Sekunden sind es noch bis zur nächsten Halbzeit. Momentan steht es immer noch 1,1. Beim nächsten Ende vom Drittel würde das ein Overtime bedeuten. Und dann ist das zweite Drittel zur Ende. Es steht immer noch 1,1. Das ist wirklich überraschend, dieses Drittel. Ähm, weil wir die meisten Torchancen in diesem Spiel hatten. Und die Münchner sehr wenige Angriffe gespielt haben. Und haben aber die Torhüter eine sehr, sehr gute Rolle in diesem Drittel gespielt haben. Aber im letzten Spiel war es ja auch so, dass, ähm, das 2-2 jetzt im letzten Drittel stand. Und dann haben wir das Spiel noch ganz klar verloren. Mal gucken, wie es hier ausgeht. Aber erstmal holen wir auf diesen Drucks sehr schön. Ah, geht da, geht da, geht da, hij. ich hatte ich habe erst noch mal hinten gezielt war die chance wo es noch nicht vorbei wobei die menschen da fällt das 2 1 aber es ist noch zeit 121 durch john masumoto hier sehen wir es noch mal da geht er halt hinten rein egal und meine flasche fällt mir runter da kriegt man ja das jemand für nicht meine flasche aber das haben wir schon nein das müssen halt mal durchkommen da ist halt keiner das ist das dumme sehr schön das war wichtig der ging über die glascheibe wieder abseits glück gehabt aber die zeit läuft nur so langsam ein bisschen weg da gibt es noch mal schön den jack in der wiederholung wir brauchen dieses eine tor mindestens eine tor dann würde sie in verlängerung gehen und wieder abseits die haben es aber heute mit abseits die so kommt einmal die kohlen einmal eine geile ausführung der schuss also ich bin dafür dass es als treffer zählt da sehen wir es noch mal ich glaube man sieht man sieht nur den schuss ab komm ein tor aber schade pfosten das ist eine tor wilde ich rein und ohne das haben wir wieder verloren aber es wäre nur eine knappe liege niederlage gegen den führenden wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen Schade. Jawohl, da ist der Ausgleich. 7 Minuten 54 vor dem Ende gleichen wir aus. Sehr schön. Matthew Curley. Das Schade war wirklich hart, aber wo er es gelegt hat, war für mich sehr beeindruckend. High-Heater hier, Doc. Er kann nicht diesen einen fangen. Adler Mannheims Goal hat dieses Spiel abgeteilt. Ein lustiger Rettung für alle uns. Jawohl. Nein. Aufpassen, wir dürfen jetzt keinen Treffer mehr gegenkriegen. Das reicht schon für die Verlängerung. Ah, der wäre fast drin gewesen. Sechs Minuten noch. Auf die eine Sekunde kommt das nicht an. Schade, da wurden wir aufgehalten eben. Jawohl, jawohl, ja, Goal, komm, ein schneller Schmiedzug noch. Schade. Schade, dass es jetzt sein könnte. Schade, abseits. Schade, schade, schade. 2 Minuten 49 noch. Dann ging es weiter. Aber ich glaube eher, dass wir das noch gewinnen und das wäre geil. Schade. Aber wir haben den Puck noch. Ja, so natürlich nicht. Abseits, und wir haben den noch voll weggecheckt. Eine Minute, sechs und jetzt sind immer noch 2 zu 2. War es sein Kampf? Nein, da ist niemand Schade. Weg, David. Einfach weg. Jawohl. Überzahlspiel. 2 Minuten lang. Strafzeit gegen die Münchner, hier sehen wir's. Und das gibt uns 2 Minuten. Einen Spieler mehr. Ach, jetzt könnte es lang. Einfach irgendwie probieren. Irgendwie das Ding, irgendwie versuchen reinzuhauen. Egal wie. Jetzt ist nur ein Mann mehr, da könnte man mal ein bisschen was probieren. 33,4 Sekunden noch. Schade. 15,1 Sekunden noch. Dann gibt es eine Verlängerung. Dann gibt es eine Verlängerung. Ah, das Ding geht durch. Das war's. Verlängerung. Und damals sind wir in der Overtime. Wir haben's doch geschafft. Und ihr kennt's ja, nahe Overtime, Cable Shortout. Und jetzt Overtime. Und jetzt Overtime. Er nimmt wieder Platz. Eine Minute 23 noch Überzahlspiel. Das geht so nicht. Wir gewinnen das Overtime. Sieg gegen den Tabelleführer. Was ist denn da los? Wir hätten uns ganz knapp in die Overtime und dann knallt er das Ding da rein. Was ist denn da los? Die 42. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer die 42 ist. Ich kann's nicht lesen. Und damit besiegen wir den Tabellenführer mit 3 zu 2 in der Overtime. Oh, und als nächstes geht's gegen Ingolstadt. Wir haben jetzt 33 Punkte und sind neunter. Das ist nochmal ne Platzierungssteigerung. Und mit dem nächsten Spiel könnten wir dann die da zwei vor uns holen und auf den zünften Platz bringen. Das ist aber alles Zukunftsmelodie. Denn im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Spiel gegen Ingolstadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt, mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich bin jetzt raus. Tschö. Möde.